Eine Marlboro Schachtel. Hat ein K, ein zweites K, ein drittes K. K, 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 Ku Klux Klain. Die größten Hasser aller Zeiten. Hier haben wir Wolfgang Bernhards 9-11s. Zigarettenschachteln. In der Mitte eine arabische Schachtel. Eine Zelle in der Mitte. Und diese Zelle explodiert. Explodiert und bringt Türme zu fallen, zu schmelzen. Und wenn wir das Ganze von Weitem betrachten, dann merken wir, dass auf der linken Seite hier eine Fahnenstange steht. Es ist eine Fahne und man sieht auch die Streifen, die Stripes. Und in der Mitte, die Stars, Scherben. Stars and Stripes, die amerikanische Fahne. Hinter Plexiglas, Wolfgang Bernhards Arbeit zu 9-11s.